Ich höre den Sack. 20. Fährt? Ja, sie kommen näher. Ich höre sie schlagen. Ja. Hit. Schön. Na, der ist hier dazwischen. Ich hoffe, es war einer. Ja, ist auch noch. Down. Ja, schön. Ja. Noch einer da? Ja. Hit. Er kann nur da sein, ja. Aufdown. Mhm. Und einer ist noch irgendwie hier drüben. Na, hinter uns. Hinter uns. Ja. Warte hier. Oh, kann nicht wahr sein. Er hat das ja auch nicht. Hit. Looted. Ist er drinnen? Ja. Ich bin unter der Dings. Ich fahre mal hier. Ich fahre mal hier. Ich fahre mal hier. Bitte reinwerfen. Oh. Ist aber weg. Toll. Schön. So. Ja. Ach der Schrotz, ihr habt. Kleine Mate. Ich hab Geier. Ich bin ruhig. Willst du Geier? Willst du? Wollt. Wollt. Sind denn alle? Achso. Genau. Wo sind wir? Ja. Achso. 5 Dollar Oh nein Ich habe keinen Platz Hier am Fenster Irgendwo da Kann die nicht looten Ich habe keinen Platz Ich habe noch Platz Dann bist du dran voll Was hast du denn? Naja, dann würde er ja trotzdem Dollar kriegen So Ich sehe, dass du keine hast Ja Hab ich doch vorhin genommen Wie ist denn, ich das zu genommen habe Guck mal da blau, du siehst es hier Unten, dann ist er Ach, ich habe einen falschen Jäger Ach, nein Aber nett von dir Ich lache ja im Dreck Wir bedenken das beim nächsten Mal Ja, beide nebeneinander, ne? Mal wieder Welchen nehmen wir? Tor 1 oder Tor 2? Äh, Frage Oh ja, das ist schön Mh, das brauche ich immer nicht Müsste mal Prestige machen Mh, das ist schön Mh, das ist schön Ja, ja, irgendwann Weil ich pleite bin Mh, das ist schön Das ist schön verstanden damit, das ist�던 sei, die Tja, Nancyong cumpliert A admit, Gott, ich Nowadays Das hat sich nicht gelohnt. Tor 2 hat einen Ausgang in der Nähe, Tor 1 nicht. Wir lassen nichts heilen, die Aufführung. Nix zu holen. Nix zu holen. So, Tor 2 läuft auf Tor 1 zu. Dann würde ich sagen, gehen wir auch zu Tor 1. Ja, macht hin, ne? Hier ist ein Emulator. Kannst du den Erstickungsbammbedruck machen? Oh, ehrlich. Dankeschön. Gerne. Also, ich brauche gar nichts drin. Was? Ich brauche gar nichts drin in der Wolke. Ich brauche was oben halt. Ne Appercut nur. Ne Appercut? Ne, damit komme ich nicht klar. Ah, doch. Okay. 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 Das ist ein Abstand. so ne Aberkarteit kannst du ruhig mitnehmen und dann kannst du dir notfalls verkaufen weißt du gibt's richtig Kohle dafür nicht vorne ist einer woher läuft da noch nicht nicht rennen genau wir sind hier jetzt hat er ein Problem tot er ist tot da ist noch einer mhm da hat man irgendwo ein ahja hit tot noch einer an der Leiche jetzt auch tot und die jaja wann das war das komplette 3er Team ja oh ich brauche Munition oh ja haben sie gesehen helde mich erstmal so kannst du gucken jetzt müsste ich eigentlich rausgehen mit 4 kills mehr wird das heute nicht die sind alle alle beide da äh alle 3 mhm so würde trotzdem gerne wieder ein bisschen ich sehe nur 2 scheiße du siehst nur 2 mhm wie weiß ich nicht sterbe ich bestimmt hm ich lass sie auch erstmal liegen damit sie mich nicht sehen ja ähm selbst nur weg von mir genau ja natürlich hoffe ich dass die keine schatten sich mehr haben na doch die werden aber sagen wie sind die denn da da das ist eine Munitionskiste ja habe ich dahin gesetzt so ich sehe sie wie gesagt sind irgendwo da mhm 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 Magst du auch besser wie nichts Oh ja, und ich hat er geschossen Lass du überhören ey Nein Ein Fenster bestimmt, oder? Aber die meisten Fenster sind zu Schießt ihn ja nachher Auf dem Dach rum Also es ist eigentlich nur auf der Seite ist das Fenster da auf Ah ja, auf dem Dach Auf dem Dach, ja? Da auf dem Dach Auf dem Dach Oh Gott Guck dir hier gerade einmal kurz rüber Hm, schon wieder Ah ja, ich seh'n Zu flink Genau hier dazwischen Mh Manchmal guckt sein Kopf hier rüber, aber Wurde getroffen Wurde getroffen Wurde getroffen Wer getroffen Wo die Leiter ist? Genau da, wo die Leiter ist Genau da, wo die Leiter ist Genau zwischen den zwei Dächern Zwei Vordächern, ja Da Da Kaucht da mal hin und her Ja Da noch ein Pinsel Scheiße Da ist ja mittlerweile schon fast hinter mir Da muss ich ja woanders sind Da kommt man natürlich nicht mal durchs Wasser, weil da wieder diese scheiß Pimmelfische sind Ich hab' nur zwei gesehen, in der Schattensicht Ich auch Ich gucke noch einmal Ja Immer noch alle da Ja Immer noch alle da Ja Ja Dion, ab nach unten Oh ja Na gut Na gut, dass ich schon übers Wasser rüber bin Scheiße, die sind ja schon weit Ja In Gefängnis Ja, wir müssen rechts hier Ja 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 Warum haben wir denn hier so viel stehen lassen? Warum haben wir denn hier so viel stehen lassen? Nein, 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 nein Die sind schon mit einem Zeit weg, ey Ja Ja, wir versuchen's Na ja, aber einer von euch ist ja schon recht dicht bei, ne Ja So Zombies, weg da Oh, ich war getroffen Hauptsache jetzt Wuhu, daneben Daneben Ja, aber das Gute ist, dann sind sie nicht so schnell, wenn sie erstmal auf dich schießen Mhm Oh, die sind direkt vor mir auch Mhm Ja, ja, meine ich halt Einer von euch war sehr nah dran Mhm, halt Versuch vielleicht wieder von der Seite zu kommen Cool Ah, wenn nicht überall so scheiß Vögel und Enten und so wären, ne Einmal da und einmal da Dann wäre ich schon viel weiter Ach, die laufen gar nicht weiter Das ist ja gut Danke Das ist ja schön Dann komm ich gleich von hinten Ja, wo kein So, einer fatten sich Okay, weiter target, genau Wo ist der zweite? Also oben Ich muss jetzt bloß ein bisschen schleichen, damit sie mich nicht hören Mach er langsam Ich hör sie Hit Schöööön langsam gar nicht aber ich sehe sie beide einer da einer da habe ich mich an ja er ist down ok der andere will gerade eben dann irgendwas drauf ist weg ja sie waren nur sie waren nur zu zweit möchte jetzt auch ein bluten ach ja ein nehm ich nehmt ich hab ja ein wo ist der zweiter liegen beide übereinander ja ja weil der eine wurde ja von euch erledigt und der andere von mir die sind aneinander gefallen ja das schön funktioniert ja ich würde sagen das ist das letzte spiel ja ja die haben wir oben links weiß und blau ich glaube weiß immer so was ich habe weiß es genau ja hier hat alles angefangen ja das war doch ein schönes spiel zum abschluss das denke ich doch wir brauchen jetzt immer eine gewisse zeit aber ich glaube wir sind mittlerweile schon über die sieben hinaus die sieben spiele ich habe ich habe es gehört ich habe es gehört wie soll man die vorhin nicht gesehen ich habe mich in den wohnen Alter, da denkst du immer, du fällst nur auf den Gegensatz. Und was? Mit der Pistole. Die ist mega. Die ist immer nicht so auf, was weiß ich, Nahkampf. Und verpasst damit erstmal einen Hit, dann krieg ich noch was weg. Die ist immer noch schwer. Und dann krieg ich noch was weg. Allt. Ja, da. Ja. Ja, das ist wirklich etwas weg. Die ist wirklich weg. Die ist richtig weg. Der ist weg. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Oh, über den Avacad freu ich mich. Oh, die Schöne, ne? Ist doch schön, dass ein Leitschir hier geklappt. Sehr schön. Schön. Und jetzt rühren sie sich auch. 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 Vielen Dank.